Hallo liebe Freunde vom Landferden Open Air, hier sind wir wieder, Oliver und der Ronny. Moin Ronny! Moin Nation! Wir freuen uns ganz besonders, dass wir dieses Jahr wieder in die Festivalsaison starten können und zwar schon im März. Und wir wollen einen Unplugged Abend machen und wir wollen uns das ganz gemütlich machen. Und da kommen bestimmt zwei Sachen zum Einsatz. Diese Seidenkurbel und dieses Mikrofon. Ronny, sag mal, wann ist das? Das ist am 5. März hier im Kulturzentrum in Lentförden und wir haben ganz viele nette Leute wieder eingeladen. Wir haben wieder keine Kosten gescheut. Wir haben wieder die Beige eingeladen, die letztes Jahr auf unserem Open Air waren, auch dieses Jahr wieder kommen werden. Als Überraschung natürlich, das darf keiner wissen. Und wir haben die Hopfenband, das ist ja Oliver und Kai. Wir haben Diana und Oliver, komischerweise, wer auch immer das wieder ist. Komisch. Ja, genau. Und wir haben noch einen Special Guest, der auch auf unserem Open Air stattfindet. Genau, diesmal neu. Und zwar sind das Seeking Raven aus Camp Lindford. Wir freuen uns ganz besonders auf die beiden Jungs, die da kommen. Und ja, ich würde sagen, bis dahin fiedelst du uns was auf deiner Ballerleika? Ja, Maria, Maria, Maria. Also ob wir dich nehmen, weiß ich noch nicht, aber du hast ja noch ein bisschen Zeit zum Üben. Ja, genau, du sagst es. Aber ich freue mich trotzdem auf euch. Ich auch total. Seid mit dabei am 5.3. Ja, bis bald.